Bist du auch immer ein bisschen aufgeregt? Dann brauchst du vielleicht ein bisschen stoischer Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu Würfelwissen. Mein Name ist Jan Kube und wir beschäftigen uns heute kurz mit der Stoa oder mit den Stoikern oder auch mit stoischer Gelassenheit. Das ist ein philosophisches Thema, was relativ viel Verwirrung hervorruft normalerweise. Also es gibt drei große Strömungen in der Antike, die sich beschäftigen mit, wie erreiche ich eigentlich meine Seelenruhe oder meinen Seelenfrieden? Eine davon ist die Stoa oder Stoismus oder der Stoizismus oder man sagt auch die Gruppe der Stoiker, die diese Theorie, diese Lehren vertreten haben. Das heißt, es gibt hier eine Gruppe von Leuten, die waren vor allem in und um Athen aktiv, das heißt im alten Griechenland. Und es ist natürlich die Frage, was haben die eigentlich postuliert? Naja, wie gesagt, es geht um Ruhe und ein sofriedenes, gesundes Leben. Und natürlich kann man das auf verschiedene Weisen erreichen. Ihr habt sicherlich auch eure Vorstellung von eurem Leben. Wie möchte ich glücklich sein? Wie möchte ich unterwegs sein? Wie soll mein Alltag aussehen auch? Und die Stoiker hatten eben die Idee, dass sie mit Ruhe und Verzicht zum Ziel kommen. Also dass sie nicht rumrennen und Lust über alles stellen und die ganze Zeit genießen und futtern, bis der Arzt kommt und sich dann übergeben und weiter futtern. Das gab es auch. Sondern dass sie mit Ruhe und Zurückhaltung und Abfinden klarkommen. Diese drei Strömungen, die in der Antike besonders vorherrschend waren, waren die Hedonisten auf der einen Seite, die die ganze Zeit Lust verfolgt haben und gesagt haben, wir wollen so viel Spaß und so viel Genuss, auch körperlichen Genuss, wie ihr überhaupt geht, ohne an morgen zu denken. Man würde auf Latein sagen Carpe Diem und man würde heute vielleicht sagen Yolo. Das war die eine Seite. Die Zweite sind die Epikurea. Die stellen so ein bisschen das Mittelmaß dar. Die sagen, okay, wir wollen ein gesundes und zufriedenes Leben. Wir wollen sozusagen Glückseligkeit, aber nicht um jeden Preis, nicht nur für Überschwang, nicht nur ohne an morgen zu denken. Und die Stoiker sind so ein bisschen die zurückhaltende Gegenseite. Das sind die, die gesagt haben, es geht um Ruhe, es geht um Seelenfrieden durch Gewaltverzicht. Also man möchte möglichst Konflikt und Gewalt und Leid und Streit und sowas von der Seele, von dem Körper, von allem fernhalten. Der Name Stoa kommt eigentlich von einer Säulenhalle, die auf dem Marktplatz in Athen zu finden war. Das heißt auf der Agora. Und Stoa ist einfach der Name gewesen. Es waren bemalte Säulen. Dort hatte nämlich der Gründer der Stoa, Zenon, dazu komme ich gleich, seine Philosophenschule sozusagen eröffnet und Vorlesungen gehalten und mit seinen Schülern diskutiert und philosophiert. Kurz zum Begriff Philosophieren. Wie in einem anderen Video schon erklärt, der Link in der Beschreibung, ist Philosophie die Wissenschaft von allem, sozusagen die allererste und bedeutet wörtlich übersetzt, das Streben nach Weisheit oder die Liebe zur Weisheit auch. Auch die Stoiker sind Philosophen. Auch die streben nach Weisheit. Wie sie das gemacht haben, schauen wir uns jetzt an. Wie gesagt, der Gründer war Zenon und zwar genau gesagt Zenon von Ketium. Der hat gelebt von 334 bis 262 vor Christus. Bei all diesen Angaben, also bei allen Jahresangaben, die ich jetzt sage, ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das ist schon über 2000 Jahre her und man kann nicht mehr ganz sicher sein, dass die Daten wirklich stimmen. Außerdem konnte man vielleicht noch nicht ganz genau so die Jahre zählen und ist nicht hundertprozentig sicher. Es gibt Fixpunkte, sowas wie Vulkanausbrüche und sowas wie Kriege, sowas wie Eroberungen und Schlachten. Aber wie gesagt, das sind immer Schätzwerte. Von Zenon selbst sind uns leider gar keine Schriften mehr überliefert. Alles, was wir über ihn wissen und über die Gründung der Stoa oder der Stoiker, wissen wir von seinen Schülern und von Historikern und von weiteren Philosophen, die sich mit diesen Lehren beschäftigt haben. Also Zenon von Ketium. Es geboren auf Sizilien und wanderte dann nach Athen aus sozusagen, um in Griechenland Philosophie zu betreiben. Die Stoiker stehen in der Tradition von Aristoteles, von Heraklit, von vielen anderen Philosophen, deren Anfänge sie quasi mitgenommen haben, aber haben sich dann abgespalten und wirklich einzigartig gemacht durch die Konzentration auf Gewalt und Schmerz, Verzicht oder Entfernung von Leid, von der Seele und von der Eigenbefindlichkeit. Zenon selbst war jemand, der sehr viel verzichtet hat, der also nicht unbedingt an Gelagen teilgenommen hat, der sich rausgehalten hat, wenn es an Feste ging oder sowas. Der war fast schon religiös unterwegs und tatsächlich findet man diese storische Ruhe und storische Gelassenheit auch Besitzverzicht in der christlichen Religion wieder, wenn es um den Streit zwischen Katholizismus und Protestantismus geht. Also darum, ob man jetzt Besitz haben darf oder nicht und ob Jesus welche hat. Das war viel später. Die Stoa ist zuerst da gewesen sozusagen. Zenon selbst lebte den Kynismus und dieser Kynismus ist eine Lebensweise, die Wohlstand verachtet, ablehnt, den ich haben möchte, weil man sagt, mit dem Wohlstand kommen nur Probleme, kommen Sorgen, kommen Leiden und genau das möchte man ja in der Stoa von sich fernhalten. Ein ganz berühmter Vertreter oder auch der Finder des Kynismus ist Diogenes. Diogenes selbst ist vielleicht bekannt, über den gibt es auch noch ein eigenes Video. Diogenes ist dafür bekannt, dass er Alexander den Großen getroffen hat und Alexander der Große fragte ihn, was kann ich für dich tun? Und Diogenes sagte, geh mir aus der Sonne. Das wollte er. Alexander der Große natürlich als Väter und Herrscher und einflussreicher Mann hätte alles Mögliche machen können, aber Diogenes wollte nur seine Ruhe haben und wollte, dass er seine Sonne genießen kann. Man sagt ihm auch nach, er wohnte in einem Fass. Er brauchte nicht viel. Diogenes von Sinope begründet also den Kynismus, den Wohlstandsverzicht und auch Zenon von Kittium hat dann diesen Kynismus aufgenommen und hat den verpackt und neu interpretiert in seiner Stoischen Lehre oder in seiner Stoahlehre, in seiner Schule, die eröffnet hat. Die Lehre der Stoiker teilt sich in drei Bereiche, nämlich in Physik, in Logik und in Ethik. Je nachdem, wo man guckt, in welcher Zeit, ob man syrisch-Philosophen oder römische Philosophen sich anschaut oder eben den griechischen Gründer direkt, haben die unterschiedliche Gewichte. In einer christlichen Religion später wird sich besonders auf Ethik und das Sagen oder das Besitzen von Wohlstand konzentriert. Für Zenon selbst war die Ethik einer der entscheidendsten Standpunkte. Dazu ein kleines Zitat und zwar hieraus von Anthony Kenny, Geschichte der abendländischen Philosophie, Antike, zweite Auflage. Er sagt, Zenon führte einen systematischen Lehrplan in die Philosophie ein, der in drei Hauptdisziplinen unterteilt war. Logik, Ethik und Physik. Logik galt seinen Anhängern als das Skelett der Philosophie, die Ethik als ihr Fleisch und die Physik als ihre Seele. Das bedeutet drei verschiedene Bereiche, drei verschiedene Fokuspunkte sozusagen. Wichtig für uns heute im Verständnis des Doha ist die Ethik, denn wir beschäftigen uns in der Ethik mit der Frage, was soll ich tun? Zur Ethik gibt es ein eigenes Video. Wenn man diese Logik, Ethik und Physik zusammennimmt, hat man eine gesamte ganzheitliche Weltanschauung und das Ziel der Stoa ist es jetzt, dass jeder seinen Platz darin findet. Das heißt, niemand sollte versuchen, etwas zu erreichen, das ihm nicht zusteht, das nicht gesund ist, das nur Stress versorgt, das wieder Schmerzen erzeugt und Leid erzeugt, sondern man muss sich, so ist die Idee, bestmöglich abfinden mit der Situation, in der man sich gerade befindet. Also wirklich auf Gewalt, auf Schmerz, auf Leid verzichten. Und das bezieht sich auch auf seelisches und geistiges Leid. Das Ziel in der Stoa ist immer Eudamonia oder Eudamonie auf Deutsch. Diese Eudamonie findet sich auch bei Aristoteles schon und bedeutet im Endeffekt nichts anderes als eine gelungene Lebensführung. Gelungene Lebensführung ist immer so ein bisschen schwierig als Begriff. Gelungen muss ja jeder selber entscheiden, was er möchte, welchen Sinn er vielleicht auch im Leben sehen will. Aber für die Stoiker bedeutet die gelungene Lebensführung eben, dass ich Schmerz vermeide und dass ich durch Apathie und Atarexie über die Runden komme. Das bedeutet, Apathie oder Apatheia auf Griechisch ist der Verzicht auf Leiden, also auch wörtlich übersetzt Leidenschaftslosigkeit. Okay? Also ich habe auf der einen Seite Leidenschaftslosigkeit, dass ich die leide nicht und ich habe auch keine Süchte, keine Sehnsüchte, keine unerfüllten Wünsche, die mich quasi innerlich zerreißen. Und auf der anderen Seite habe ich Atarexie. Atarexie bedeutet Unerschütterlichkeit. Ja, wenn ich Unerschütterlichkeit erreichen will, darf ich keine Leidenschaften haben, die mich zurückhalten auf der anderen Seite. Apathie, das erste kennt man vielleicht aus der Medizin. Da ist es allerdings eine Diagnose, die negativ besetzt ist. In der Stoa ist es nicht negativ konnotiert, sondern genau wünschenswert, eben diese Ausgeglichenheit, diese Leidenschaftslosigkeit zu haben. Es gibt da die Idee von Marc Aurel, die Formulierung, ein Fels in der Brandung, an dem das Wasser sozusagen immer zerschellt, aber er bleibt stehen und ist solid und lässt sich nicht bewegen durch äußere kleine Einflüsse und momentane Impulse sozusagen. Wenn wir Atarexie erreicht haben, durch Apathie und durch eine gelungene Lebensführung, also Euda Monia, dann kriegen wir am Ende Tranquilitas Animi. Das ist jetzt Lateinisch-Griechisch und steht für Seelenfrieden. Das heißt, das Ziel des gelungenen Lebens bei den Stoikern selbst ist die Seelenruhe oder der Seelenfrieden am Ende. Das heißt, das ist das gute Leben selbst, die Ruhe der Seele als Lebensinhalt. Und das klappt natürlich ganz gut, wenn man wirklich Schmerz von ihr fernhält. Allerdings kann man sich jetzt natürlich streiten, das ist auch der größte Kritikpunkt an der Stoa. Wie kann ich glücklich leben, wenn ich eben alles an Bewegungen und Aufregungen von meiner Seele fernhalten möchte? Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, nein, nein, ich brauche Leid und Schmerz und Glück, um auch diese Dynamik zu empfinden. Manche Leute brauchen das. Andere, Stoiker, sagen, nein, nein, ich möchte eben ohne Schmerz durchkommen. Dazu eine kurze Anmerkung aus Bertrand Russells Philosophie des Abendlandes. Der hat nämlich auch über die Stoiker etwas geschrieben. Er sagte, im Gegensatz zu früheren, rein griechischen Philosophien ist der Stoizismus, die Stoa, gefühlsarm und in gewissem Sinn fanatisch. Er enthält aber auch religiöse Elemente, wonach die Welt ein Bedürfnis empfand, das aber nur die Griechen offenbar nicht zu befriedigen vermochten. Also auch hier, man fragt sich, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Wie kann ich ruhig, gesittet, glücklich leben? Und die Stoa antwortet mit Vermeidung von Schmerz. Wenn wir jetzt also diese ganze ruhige Seelen-Lebensanschauung erreicht haben, dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was machen wir dann weiterhin? Und da ist anzumerken, wenn wir ruhig und glassen sind, können wir klar denken, können wir rational denken. Ratio war der Verstand. Dazu jetzt wieder ein kurzer Auszug aus erstem Werk, aus der Geschichte der abendländischen Philosophie, zur Logik. Denn die Stoiker sind mit Zenon auch Begründer dessen, was wir heute als formale Logik, Aussagenlogik oder als allgemein, als die Grundlage auch für Mathematik und für Physik und sogar für Informatik verstehen. Für Diodorus Kronos ist eine Aussage genau dann möglich, wenn sie entweder wahr ist oder es sein wird. Sie ist genau dann unmöglich, wenn sie falsch ist und niemals wahr sein wird. Und sie ist genau dann notwendig, wenn sie wahr ist und niemals falsch sein wird. Die Stoiker haben nämlich erkannt, dass Aussagen auch zeitabhängig sind. Also bei Aristoteles gibt es auch schon so eine Logikform. Die Stoiker haben jetzt erkannt, dass es also eine zeitliche Komponente gibt. Mal kann eine Aussage wahr sein und in einem anderen Kontext kann sie vielleicht auch unwahr sein. Wie das Ganze mit der formalen Logik funktioniert, das zeige ich in einem anderen Video nochmal separat. Das hier war eine kurze Übersicht über die Stoa. Was ihr euch ganz grundsätzlich merken könnt, ist, es gibt in der antiken Philosophie drei Strömungen. Hedonismus, Epikurismus und Stoa. Stoa ist dabei die restriktivste, aber auch die ruhigste auf der anderen Seite. Man versucht also wirklich Schmerz und Leid zu vermeiden. Ich hoffe, diese kurze Ausführung hat geholfen. Stoa, Stoizismus, historische Ruhe, historische Gelassenheit besser zu verstehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Einen wunderschönen guten Tag.